Jo, herzlich Willkommen zurück zu Need for Speed Hot Purse Z2. Ja, dummerweise ist mir bei der letzten Folge kleiner Fehler unterlaufen in der Verarbeitung und deshalb gibt es da leider keine Mikrofonspur. Aber da ist jetzt auch nicht so viel passiert, außer dass ich gesagt habe, woraufhin ein Polizist meinte, der Funk fährt wie ein Irrer und wird noch wen überfahren. Und ich so, nein, ich fahre nicht wie ein Irrer, ich fahre nur besser als du. Und ich meinte dann halt noch, mein BMW fährt außerdem nicht, sondern der fliegt. Läuft noch. Ja, dann fahren wir weiter. Da ist eigentlich noch nichts gelaufen, aber na gut, weiß ich nicht, was er da jetzt hat, aber ist ja egal. Wollen wir mal wieder ein bisschen Stoff geben hier. Das kann einem halt mal passieren, wenn man halt das Video halt ein paar Tage später rendert und dann halt verteilt, dass die Audiospur eigentlich noch was fehlt, dass ich noch eine extra hier muss und dann erst noch abmischen muss. Aber na gut, wenigstens der Spielsound drin. So, und jetzt geht's ab hier. So, und jetzt geht's ab hier. Wir wollen auch nur, dass ich zuerst wieder von einem Bullen verfolgt werde hier. Wie immer. 54 an County, nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. Ja, ist ja schön, ne? Ja, ist ja schön, ne? Da kann ich kein W heilen, Mensch. 54 an County, der Verdächtige hat mich abgelenkt. So fährt man der S-Kurve. 27 an County, da ist er wieder. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. Ja, so wird das nix. Boah, was mach ich denn hier? Bisschen schmal die Straße. Ah, dieses Stoßstangen-Kamera-Fahren ist nicht so meins. Brauch ein Cockpit, dann kann ich besser abschätzen. Gefahr ist zu groß, beende Verfolgung. Ah, eine von meinen Hassstrecken hier. Schlechte Erinnerung an spätere Turniere, die da kommen. 31 an County, da ist er wieder. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. Brauche zusätzliche Einheiten, bin in der Lede Esco. 19 an 31, wen an dir dran? Ja, an ihm aber nicht an mir. Beende die Verfolgung. Angelegenheit zu gefährlich. Echt? Naja, wenn du meinst. Oh, ja. Oh, ja. Boah, der Füter. Dies ist die letzte Runde. So wie ich an ihm vorbeigeflogen bin, hat er mich wahrscheinlich noch mal kurz gesehen, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Lass mich mal schön hier durchpesen. Und dann ist das gut. Das sind wieder am Fahrmanöver hier. Mann, 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 Mann. Oh, ja. Oh, wer nur seinen Führerschein gemacht? War nicht wahr. Oh, ja. Wir brauchen Nägel. 46. Angekett ist in Rot und Sterne beim Jachthafen. Jachthafen. Hm. Wahrscheinlich links, oder? Oder runter? Ich fahr jetzt mal hier rechts lang, in der Hoffnung, dass ich eh... nicht reinbrettere. 31 an County. Der Fahrer konnte die Straßensperrung umgehen. Okay. Sehr schön. Du musst doch schon mit anderen Geschützen kommen, ja. 31 an County. Breche Verfolgung ab. Bitte bestätigen. Ist besser so für dich. Ach, schade. Hätte ich noch mal schön hinten reinfahren können, oder? Dann wäre dann wahrscheinlich so ein Spruch gekommen, wie der hat mir die Türen weggepustet hier, oder so. 54 an County. Bin wieder an ihm dran. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. Brauche Unterstützung bei den S-Curve. 19 an 54. Bin hinter dir. Oh, shit. Oh, das hat funktioniert. Ich sage ja, mein BMW, der fliegt, der fährt nicht. Ach, schon vorbei? Na, so wird das aber nix, Jungs. Na, machen wir das nächste doch auch gleich noch hier. Ach, geht die Post. Was kann man sonst so fahren hier? Z8, ach, nö. Den mag ich nicht. Den Benz, ach, das muss alles nicht sein, oder? Ich bleib bei mir im 5, das ist ein schönes Auto. So, ab geht die Reise, ja. Na, da werden die sich jetzt erstmal schön gleich dran aufhalten, da war. Und wenn nicht, das ist auch nicht so schlimm. Bei dem Vorsprung schon wieder. Habe ich bisher noch nichts von gemerkt. Ich sollte mehr links abdrehen, wenn der Verkehr am Start ist. Ach, komm schon. Und tschüss. Ich bin gerade voll dabei. Ich versuche es, was er an mich hängt. Ach, ja, das klappt besser. Ich bin gerade mal. ach so das ist diese eine strecke jetzt hier rückwärts bis zuvor schon gefahren dann ist ja kein problem auch wenn ja weil es erst wie hier oben Jetzt kann er hier durch. So muss man das machen. ich glaube ich besser rechts gerade rausgefahren, aber beim nächsten mal dann ich hab ihn doch nur ein bisschen angeditzt von der Seite, total schade Ihr seid weicher, ey Verfolgung zu gefährlich, Brecher ab Ach komm schon Dies ist die letzte Runde Ja 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 Ich konnte auch ein LKW wenden dazwischen, aber auch zu rufen 27 an County, bin wieder an ihm dran, verfolge ein Fahrzeug, Fahrzeug ist ein blauer BMW M5 Es gibt Gas, Junge Sonst kriegst du mich wieder nicht Das sind Pfeifen Mann, 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 Mann 27 an County, Verfolgung zu gefährlich, Brecher ab 27 an County, nehme die Verfolgung auf, Fahrzeug ist ein blauer BMW Z8 28 an County, da ist er wieder, verfolge ein Fahrzeug, Fahrzeug ist ein blauer BMW M5 Bitte um Erlaubnis zur Errichtung einer Straßensperre 46 an County, wir haben eine Straßensperre errichtet, in der Nähe des Wasserfalls County an alle Einheiten, Straßensperre errichtet, in der Nähe des Wasserfalls Mal gucken Wie wir da drum rum kommen Ja, so Geil 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 So was Geil Na komm Ja 54 an County, die Nägel sind bereit Innenstadt County an Forest 1771, Nagelstreifen platziert In der Nähe der Innenstadt Ja, fahr ich aber gekonnt, dran vorbei 45 an County, das Fahrzeug hat die Straßensperre umfahren Na, gibt da wieder auf Die haben ja echt so gar nichts auf der Pfanne hier, aber 27 an County, breche Verfolgung ab, bitte bestätigen Ah, schön in BMW getreten hier Ja, schön in BMW getreten hier Ich sag, verlassen gehe Ne Zurück Möchte gern die Musik ein bisschen lauter haben Müsste ich ja Weitermachen können, ne Sollte ja gehen hier Weil viele Die bächer 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 Untertitelung. BR 2018 28 an County, nehmen die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein Dauer-BMW M5. 28 an County, ich habe ihn verloren. 27 an County, da ist er wieder. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. 27 an County, er ist im Heimer. Kontakt mit dem Fahrzeug verloren. 21 an. 25 an County, verfolge ein Dauer. 28 an. 25 an. 25 an. 25 an. 31 an. 29 an. 28 an County. Versuche einen Raser zu stoppen. County an alle Einheiten. 28 versucht schnell fahrendes Fahrzeug zu überholen. 28 an County. Breche Verfolgung ab. Bitte bestätigen. 27 an County. Habe seine Geschwindigkeit auf dem Radar. Er fährt über 160. County an alle Einheiten. 27 versucht schnell fahrendes Fahrzeug zu überholen. Wir werden zusätzliche Einheiten brauchen bei den Lavaströmen. 46 an 27. Ich halte den Rücken frei. Stux ihn mal so richtig an. Habe den Verdächtigen aus den Augen verloren. 31 an County. Da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Das Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. 31 an County. Der Typ wird noch jemalsen überfahren. Breche Verfolgung ab. Glückwunsch. Du hast die Goldmedaille gewonnen. 3 an. 40 an. Das Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. Das Fahrzeug ist ein blauer Ahnung. 40 an. 40 an. 40 an. Nehme die Gewerker. 4 an. 41 an. 46 an. Vielen Dank.